Okay, Leute, wir sind zurück beim letzten Viertelfinale der Beatbox Germany. Wow! Und ja, vom Loopstation Instagram Battle. Und ich bin gespannt. Es ist nämlich Laser vs. Brian. Und beide habe ich auch noch nie gehört. Deswegen gucken wir uns direkt mal an, was abgeht. Erstmal schon mal Extrapunkte an Laser, dass man ihn sieht. Weil es ist auch Teil der Performance, was zum Beispiel bei Filthy und Fridon sehr gut auffallend war. Man hat sie gesehen, man hat sie performen gesehen. Und jetzt beim letzten Battle YD gegen MRB. Man hat einfach beide nicht gesehen. Man sieht nur die Loopstation. Ich möchte natürlich aber die Artists sehen, die das Ganze performen. Deswegen schon mal kleiner Extrapunkt an Laser. Und ich bin gespannt. Let's go! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind die Drums ein kleines bisschen unsauber Ja, hilft einfach Guck dir mal die Tutorials an Die Tutorial Series mit MB-14 Ja, da lernt man ganz gut was dazu Und je weiter geht's Und je weiter geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mag, wie er in die Kamera geguckt hat So von wegen, ja, Leute, jetzt hört mal zu Untertitelung des ZDF, 2020 Und er hat zwei positive Punkte direkt Dass er vorm Job mal alles weggenommen hat Wie gesagt, hilft auch sehr gut Und dieses Lächeln gerade Laser, I like it Der hat Spaß dabei, er performt, der hat einfach eine geile Zeit Und es überträgt sich auch auf den Zuschauer Und deswegen, big up! Stark Sehr geil Laser, sehr geil Hat mir wirklich gefallen Bisschen die Drums noch sauberer machen Und dann kannst du ganz oben mitspielen Bisschen die Drums noch sauberer machen Bisschen die Drums noch sauberer machen Bisschen die Drums noch sauberer machen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017